Ja, hallo, ich bin der Michael. Willkommen bei der Firma Böker in Solingen. Wir fertigen hier seit über 150 Jahren Messer und zu unserem Werk gehört auch unser Werkshop, in dem wir eine ganze Menge Messer verkaufen. Kommt einfach mal mit und wir schauen mal. So, wir haben hier auf 50 Quadratmeter 1000 Artikel für euch ausgestellt, unter anderem unsere vier Eigenmarken und 80 Fremdmarken. Weitere 7000 Artikel befinden sich hinten im Hauptlager, die können wir einzeln für euch nach vorne bringen lassen, dass ihr die auch begutachten könnt. So ein großes Geschäft mit Messerartikeln findet ihr in Europa kein zweites Mal. Wie ihr seht, haben wir hier eine riesen Auswahl an Artikeln, unter anderem Messer, Multitools, Taschenlampen, Spaten, Äxte, Rasiermesser und wir haben hier eine Schleifecke, auf denen ihr unsere Produkte testen könnt. Mögt ihr lieber einen elektrischen Schleifer oder einen winkelgeführten Schleifer oder herkömmlich einen Schleifstein, könnt ihr alles ausprobieren. Wir gehen jetzt mal rüber zu unserer Eigenmarke, da zeige ich euch mal, was wir hier im Hause machen. Hier stehen wir am Regal der Eigenfertigung und ich kann euch mal ein paar tolle Messer zeigen, die für ihre Klasse stehen. Hier zum Beispiel die Balos, das gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausfertigungen. Ihr könnt euch sogar ein individuelles Messer bei uns fertigen lassen. Das geht auf den Webshop und könnt euch die Backen aussuchen und die Schalen. Das sind ganz kleine Klassiker, die sich in eurer Hosentasche wohlfühlen. Neu ist auch unsere CNC-Fertigung. Da haben wir MagnaCut als Superstahl eingesetzt und mit Designern zusammen, wie zum Beispiel mit dem Brett Sinker, gibt es hier richtig heiße Neuigkeiten. Seid gespannt drauf. In der Buschkraftszene ist das schon sehr etabliert. Das ist unser Bronco. CPM3V-Stahl, unzerstörbar, macht alle Schneidarbeiten mit und wir haben dem ganzen Ding noch ein Feuerstahl spendiert. Light my fire. Eine Spezialität von uns sind Damastmesser, die wir aus historischen Stählen fertigen. Hier ist zum Beispiel das Tierpitz. Das ist das versunkene Schwesterschiff der Bismarck. Das ist ein Pyramiden-Damast mit 300 Lagen. Aluminium-Frame, Walnussholz aus heimischem Anbau. Ein richtig schickes Sammlermesser. Ganz neu, das 1969 Mach 1 Messer aus Damast von einem Mustang. Hierzu würde ich euch gerne den Hajo herbeiholen. Der ist aus der Produktentwicklung und kann euch da viel mehr zu erzählen. Da ist der Hajo. Der erzählt euch jetzt mal was zu dem Mustang-Messer. Ja, wie gesagt, dieses Messer hier, das ist jetzt das jüngste in dieser Serie von Damast-Sammlermessern. Und wichtig ist, das muss man wirklich verstanden haben, wir verarbeiten hier wirklich Teile aus diesem Wagen. Dem Ford Mustang von 1969 in der Bauart Mach 1. Und zwar schmieden wir den Querlenker, die Radnarbe und die Federung, um in diese wunderschönen Damastklingen. Und beim Design des Messers geben wir uns immer sehr viel Mühe, den Designdetails vom Original einfließen zu lassen. In diesem Fall ist das zum Beispiel die Klingenachsschraube, die als Radkappe gestaltet ist. Dann haben wir hier als Messing-Einlage die Zierleiste von der Seite des Ford Mustang Mach 1. Außerdem ist der vollgefräste Clip den Türgriffen nachempfunden. Und die Sahnekirsche, also das Tüpfelchen auf dem i ist letztendlich, dass wir wirklich nach Rallcode den Original-Farbton verwenden. Der hieß damals Silver Jade und den lassen wir auch von einer Autolackiererei auftragen. Danke Hajo für die ganzen Informationen zu diesem Messer und wir gehen mal rüber zum Abolito-Regal und da zeige ich euch die nächste Stufe. Wir stehen jetzt hier am Regal von Böker Abolito. Das ist eine Fertigung aus Buenos Aires, Argentinien. Das sind ganz klassische Messer im lateinamerikanischen Stil. Wer sowas mag, ist hier genau richtig. Besonders gefallen mir die Lederscheiden, die werden sehr aufwendig hergestellt. Schön gepunztes Leder und kommt mal rein und schaut euch die Dinger an. Wir sind jetzt bei den Böker Plus Produkten angekommen. Hier arbeiten wir mit verschiedenen Designern zusammen und nutzen Top-Materialien wie Titan und Mikata-Griffe und technische Details, Button-Locks, Cross-Locks und solche Sachen, um richtig schicke Messer für euch zu produzieren. Ich kann euch mal eine Reihe zeigen. Hier ist die Atlas-Serie. Die ist sehr erfolgreich bei uns im Programm. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Und zwar haben wir hier das Atlas in Messing und Kupfer. Kriegt eine tolle Patina. Ist ultraschlank gebaut. Passt sogar fast ins Portemonnaie. Für ein Immer-Dabei-Messer ein Top-Seller. Das ist die Standard-Version in schwarz. Und ganz neu sind halt Messer mit Backlock. Die rasten ein und haben hier die Clip-Roll-Klinge bekommen. Und ist ein hervorragendes Immer-Dabei-Messer. Hier ein neues Projekt von uns. Ein klassisches Segler-Messer. Das haben wir in Kooperation mit den Seenotrettern gemacht. Und davon gehen 5 Euro an die Seenotretter beim Kauf eines Messers. Das Little Rock ist einer meiner Favoriten im Bereich Outdoor, Buschkraft oder auch Jagd. Ist ein klassischer Kohlenstoffstahl. Und man kann es auch schön für die Jagd verwenden. Kaidex-Scheide dabei. Unverwüstlich. Hier haben wir noch das 2024er Collection Nice von Les George. Wir haben alles verbaut, was machbar ist. Wir haben Space Coral von Fat Carbon. Die Scales. Wir haben ein Frame-Lock aus Titan. Wir haben Titan-Gebläute, Spacer und eine Magna-Cut-Klinge. Das ist das Ding, was ihr haben müsst. Das ist eins von 500. Wir stehen jetzt hier vom Böker Magnum-Regal. Das ist unsere Funktionsmarke. Die unterteilt sich in folgende Sparten. Wir haben einmal Jagdmesser. Dann haben wir Einsatzmesser. Rettungsmesser gehören dazu. Extraordinary. EDC. Und last but not least, Schwerter. Jetzt würde ich euch gerne noch was zeigen, was es wirklich noch hier bei uns im Shop in Solingen gibt. Und auch nicht online. Kommt mir mal nach. Hier seht ihr unsere Riesenauswahl an zweiter Wahlmessern. Das sind Messer der Eigenmarke von Böker Plus oder auch von Fremdmarken. Ein reichhaltiges Angebot. Die Messer sind von uns mechanisch geprüft auf Funktion. Ihr braucht da keine Sorge haben. Da sind vielleicht kleine ästhetische Fehler dran oder die Verpackung fehlt. Lasst euch das nicht entgehen. Kommt hier vorbei. Das war es von mir im Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ein kostenloses Abo. Und wir sehen uns. Euer Michael.